Ja, da ist der King Alex bei mir. Da sind wir auf dem Fahrplatz von der Steinbrach. Und da ist der King Alex und Sportauspuff aus Edelstahl. Das ist immer ein Zeug unter, das hab ich vergessen. Und hallo, guten Tag am wunderschönen Ostermontag. Hier ist euer Justus König, bekannt als euer Captain America oder Justus König. Der andere, der YouTuber aus Wittsburg und das ist die Cousine Draper Schwarzwit und Charlie. Und wir sind jetzt auf dem Steinbruch Wittsburg, weil Radio Gong hatte geschrieben auf ihr Veranstaltungstipps, dass hier eine Ostermarkt ist. Und das soll mal angucken. Und wir haben einfach hier im Steinbruch geparkt. Auf dem Parkplatz. Hier aus der Steinbruch. Der hat mal Michael Schicks übernachtet. Das war ein wunderschöner Steinbruch. Das war ein wunderschöner Steinbruch. Hö. Schön. Da haben wir vorne drin Fotos. Genießen Sie den Kaffee ein bisschen? Weiter Aussteller. Ja, ich bin hier. Ganz schönen Blick hier auf ganze Würzburg. So Leute, von einem schönen Blick hier auf das ganze von der Steinburg, wo man hier essen kann. Wir haben noch einen Blick hier aufs ganze Tal. Vielleicht noch mal einen Blick aufs Main-Tal. Wir gehen wieder rein. Willkommen zu Steinburg Ostermarkt. Willst du mal kurz aufs Seite? So Leute, wir kommen mal für Steinburg Ostermarkt. Ich mache schöne Bilder und von drinnen. Könnt ihr sehen, Bilder. Dann zu uns wieder. Das ist doch schön hier. Da kann man gut träumen. Das ist ja gut. Hallo und herzlich willkommen. Manege frei für die fünf Freunde. Das erste Mal ohne Eltern unterwegs. Genial. Wie viele Freunde sind zurück. Ja, ihr wollt wissen, dass bei den Drehbüchern... Wir sind ein Thema. Das muss es sein. Das ist Teil der Dimension, ja. , das ist ein Thema. Der Drehbüchern. Ich bin destruen. Das Jeremyann. Halb in der Kita. Dann ist es vorbei. Manchmal fliegt, wir laufen trotzdem weiter, bringt ein Mädchen im Gesicht. Wenn wir fallen, was soll, so spielt das Leben neben mir. Wir stehen wieder auf, lassen uns nicht unterdrücken. Manchmal geht es keiner rum, manchmal will ich auch. Fünf Freunde geben niemals auf. Fünf Freunde geben niemals auf. Komm mal her! Vielleicht ein kleiner Baby-Snow, ja. Ja, vorbein! Oritularagus Cunigulus. Ein Wildcannonchen! Hör auf dein Herz und folge deinen Bauch. Fünf Freunde geben niemals auf. Ja Leute, wenn man alles angeguckt. Wir haben ja gesehen, die Bilder sind... Ja, es ging, es war schön. Ist schön hier oben. Kannst du empfehlen. Es ist klein, aber auch schöne Sachen. Wunderschön. Das waren die schönen Bilder von drinnen. Jetzt kommen Videos wieder weiter. Einfach noch schönes Ding. Wunderschön. Das ist ein Zug wieder unterwegs. Dann decken sie weiter, Künstler. weiter rinzler und da waren dann bald ein Aussteller drin, nicht so viel, ein bisschen aber schön, naja, kann man nicht so viel fotografieren, weiß nicht ob es gewollt ist oder sowas, aber man kann immer schön rund aus und rumlaufen, man kann ja schön laufen und die Aussicht genießen, weil das Ding richtig könnten das ist so ähnlich vorkommt, wie von der Vogelsburg, auch so oben und so auch in der Aussicht also so nah aus sich, dass der Hund wegliegt, wie bei der Vogelsburg ach, da kann es nur die Aussicht das ist so da ist so Aus die Schleinung, wir werden die Aussicht genießen. Ja, da laufen wir. Nicht zur Wiese. Da hat man so ein Ding. Ich bin hier. Das sind Sitzbänke. Ich bin hier. Was? Ja, weiter. Da hinten geht es ja nicht mehr weiter, oder? Laufen wir mal. Haufen wir schon hoch und runter. Das ist eigentlich das. Ein Haus. Und da waren wir Treppe. Na, was ist das? Würzburg. Und da war die Treppe, guck. Da waren wir Treppe. Mit Glenda. Ja. Ja. Da hinten kann ich jetzt. Der war nicht daheim. Der ist trocken. Wir haben uns da in diesem Ding getroffen. Der war nicht unterricht. Der war nicht unterricht. Na, jetzt suchen wir. Wir laufen da vor. Laufen wir vor. Schaut zwei Wochen. Wir laufen da vor. Ja, schön. Wir laufen da vor. Kannst du die Kamera nach so einem? Was weiß ich, wenn die Kamera ist. Die Kamera, Kamera, Kamera so einem kamst. Okay. Warte mal. Jetzt. Noch mal. Noch mal. Drehen. Jetzt kannst du die andere Seite machen. Jetzt. 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 Du musst jetzt. Deine Stange. Dann kannst du da machen. Und dann machst du hier. So. Yes. Ja. Ja. Und ja. Du musst jetzt nicht mehr weg hier. Ja. Da wollen wir. Ja. 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 Drei Zylinder, da ist ein Motorrad und da drüben ist ein Zylinder. Cool, ich bin ein BB. Herzlich willkommen. Das ist blöd so schön. Das ist unsere Figur. Komm weiter, wir laufen einfach auf dem rum. Pause. Na ja. Na ja. Lacketür zurück. Da geht's am Winter hoch. Ein Weg hoch und runter. Ein Motionsstafel. Weiter Pappen mit 200 Meter. Da wird noch gepraut. Da haben sie jetzt noch ein Ding gemacht. Alter, der warst du 20. Hä? Ja. Zurück zum Auto, gehen wir doch. Machst du nichts mit dir? Ja, ja, Auto. Auto ist alles zum Auto. Das ist ja ein schöner Blick. Okay, wir müssen aufpassen. Oh Gott. Kann man lange laufen? Nee, mach auf. Mach mal aus. Oh, man steht drauf. Gegenüber magnetisch. Gegenüber magnetisch. Voll lustig. Ja. 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 Da ist ein Auto bitte. Da ist ein Auto. Ah ja, passt. Da ist ein Auto. Wir sind nur... ...und daher der Steinbring. Ja. So. Danke fürs Zuschauerseinstand. Geil zu beim Video, liebe Zuschauer, Zuschauerinnen. Dann geht's zurück zum Auto. Wenn es euch wieder gefallen hat, könnt ihr ruhig liken. Da oben machen, da verrichtet mich und eure Freunden zeigen. Und meinen YouTube-Kanal weiter empfehlen. Mein YouTube-Kanal oder YouTube-Türmellande. Die Name lautet ja, interne Chance auf der Suche nach neuen Abenteuer. Mein Name ist Justus König. Und meine bestimmten Themen euch interessieren, wie Burgen. Guckt einfach mal meine Playliste nach von meinem Kanal. Deswegen aufgeräumt ihr von meinen Videos die Themen dazu. Also das Thema plus die Videos dazu von mir. Und... Dann könnt ihr noch vorbeischauen auf meinem Instagram-TikTok-Profil. Mein Instagram-Profil-Name lautet Idianna Jones Der Abenteuer. Aber könnt ihr einfach den Namen angeben, Justus König. Wahrscheinlich sieht ihr schon beim Bild. Dann sieht ihr den Namen, Idianna Jones Der Abenteuer. Das bin ich. Und auf TikTok Justus Der Abenteuer 13. Aktuelles. Da könnt ihr mich Nachrichten schreiben, Treffen und so weiter. Richtig, Cousine Barbara Schwarz. Warum? Wir sind in der Nähe vom Flugplatz. Abgekoppelt. Da sieht man jetzt in der Hand abgekoppelt. Und dann fliegt er wo das da. Weiter und dann da segelt er es. Da oben. Haben wir einen jetzt drauf? Ja, da haben wir einen. Mit übrigens. Einenfalls. Ja. Instagram-Biche erreichbar und TikTok. Und alle Funktionen zu meinen nationalen Netzwerke-Profile findet ihr auf dieses YouTube-Beschreibung des Videos. Einfach drauf gehen, runter scrollen und da sind dann den Namen plus. Link dazu. Da sitzt man jetzt. Dein Netzwerke-Profile. TikTok, Instagram und YouTube. Ansonsten wünsche ich euch allen noch einen schönen Tag. Und einen guten Start neuer Woche. Die Fähren haben schöne Fähren und die Urlaub haben schön Urlaub. Und alle anderen, wie ich, einen schönen Arbeitsstag morgen. Wann geht's hier los? Frühschicht. Hallo, viele Grüße hier aus der Steinburg, Würzburg. Von Justus König und der Cousine Barber Schwarz. Aus Hamburg mit Charlie. Goodbye to you. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal. Justus Game Over. Alles ist klar. Alles easy-deasy. Alles gut zu einer Welt sind. Hey! Was? Willst du mit dabei sein? Das Leben kann toll sein. Sag, bist du bereit? Ich hab so ne Ahnung, jetzt ist es soweit. Sind wir Freunde für alle Zeiten? Die Handvoll ist klar. Halten wir für immer zusammen? Die Handvoll ist klar. Freunde sind wir für alle Fälle? Die Handvoll ist klar. Ist doch völlig klar. Ist doch völlig klar. Ist doch völlig klar. Die Handvoll ist klar. Du kommst auf ein Internat. Kein Internet, sondern ein Internat. Es ist ne Burg. Ganz alt. Richtig abenteuerlich. Sie heißt Burg Schreckenstein. Es ist ihr neues Zuhause. Justus! Hey, wer ist das denn? Hallo. Justus! Herzlich willkommen. Machst du hier mit? Er ist kein Schreckensteiner. Dann hilf ihm einer zu werden. Bist du bereit? Bei Justus. Ein wahres Schreckensteiner zu werden. Justus macht dieses Gesicht. Hallo. Wir sind George. Julian. Dick. Und Anne. und zusammen mit Timmy, dem Hund, sind wir die fünf Freunde. Wir sind selbstbewusst, aber niemals überheben. Wir klicken unterschiedlich und doch irgendwie ganz ähnlich. Und doch ganz massiv. Wir gehen trotzdem geradeaus. Hör auf dein Herz und folge deinem Bauch. Wir gehen trotzdem noch. Wir gehen trotzdem weiter mit dem Nächtigen Gesicht. Wir gehen trotzdem weiter mit dem Nächtigen Gesicht. Wenn wir fallen, was uns verspielt, das Leben nehmen. Wir stehen wieder auf. Lassen uns nicht unser Leben. Und erstmal geht es dann nach unten. Und erstmal weg auf. Fünf Freunde geben niemals auf. Fünf Freunde geben niemals auf. Wir zusammen sind, sind wir eine Macht. Wir sind so stark, das ist nur so klar. Bist du dabei sein, dann schließt deine Augen. Und spüre die Kraft, die uns für Freunde das macht. Fünf Freunde, fünf Freunde lassen wir. Fünf Freunde lassen wir. Wann immer sich ein Abenteuer lohnt. Angst und Schrecken kennen wir nicht. Denn das sind wir gewohnt. Wo immer ein Rätsel zu lösen ist. Hoch in dem alten Schloss. Oder im Schwung am West. Fünf Freunde, das sind wir. Julian, Dicken, M. George und Timmy, der Hund. Fünf Freunde, das sind wir. Wir kommen schnell herbei. Wann immer geht es rein. Und schon sind wir da. Was hinter verbotenen Türen auch steckt. Wir kennen kein Zurück. Es wird von uns entdeckt. Wir lassen uns keine Gefahr geben. 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 Die fünf Freunde, Julian Dick, Anne, George und Timmy, begeben sich mit einer geheimnisvollen Wandergruppe. Ein großartiges Abenteuer, das vor 65 Millionen Jahren begann. Fünf Freunde, das sind wir. Wir sind Freunde. Fünf Freunde, Fünf Freunde, das sind wir. Kollegen, wir haben einen Fall. Justus Jonas von den drei Detektiven. Die berühmtesten Detektive der Welt. Dieses unverschämte Plappermoll treibt mich noch in den Wahnsinn. Noch eine Vase. Ein berühmlicher Amphore, Tante Mathilda. Keine Vase. Erster Detektiv Justus Jonas. Zweiter Detektiv Peter Shaw. Recherche und Archiv Bob Andrews. Wir machen ein Praktikum bei meinem Dad Just. Die drei Fragezeichen in Rumänien. Die drei? – See you now. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020